In diesem Video geht es darum, wie du dir in kürzester Zeit alle Modes der Duotonleiter sowie alle Modes von natürlich Moll, harmonisch Moll und melodisch Moll einprägen kannst. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, dann vergiss nicht jetzt ein Abo zu hinterlassen und am Ende des Videos auf Gefällt mir zu klicken. Da es in den nächsten Videos auf diesem Kanal vermehrt um die Improvisation und die Gehörbildung gehen soll, bietet es sich jetzt nochmal an, ein Video über die verschiedenen Modi oder die verschiedenen Modes zu machen. Eine Kapitelübersicht zu den Themen dieses Videos findest du natürlich wie immer in der Beschreibung und wir legen direkt mit dem Videoinhalt los. Wir wollen nun also schnellstmöglich so viele Modes wie möglich lernen, Modes bzw. Modi, je nachdem ob man es Englisch oder Deutsch beschreibt. Bevor wir nun also anfangen, die Modes in unserem Kopf abzuspeichern, schauen wir uns mal an, welche Faktoren zum Lernen der Modes für uns wichtig sind. Zum einen sollten wir die Modes so lernen, dass wir sie am Klang erkennen und unterscheiden können. In der Praxis heißt das, wenn uns jemand einen Mode vorspielt oder vorsingt, dann sollten wir erkennen, welcher Mode hier gerade gespielt wird und diesen Mode von anderen Modes unterscheiden können. Weiterhin sollten wir selber natürlich auch die Modes am Instrument wiedergeben können und ganz wichtig für die Gehörbildung, wir sollten sie auch gesanglich wiedergeben können. Selbst wenn wir selber jetzt nicht singen und eher Instrumentalisten sein sollten, dann sollten wir sie zumindest auch üben zu singen, denn das stärkt die Gehörbildung. Der nächste Punkt wäre, dass wir Modes natürlich auch lesen und verstehen können. Wenn wir jetzt so ein Akkordsymbol sehen, dann sollten wir hier sehen, dass es sich um den Mode Mixolydisch B9-B13 handelt, der hier über diesen Akkord gespielt werden soll. Und dazu sollten wir natürlich auch verstehen, warum dieser Akkord mit seinen zwei Optionen hier dann für den Modus Mixolydisch B9-B13 steht. Dazu später mehr. Und als vierten Punkt habe ich hier, dass wir die Modes natürlich auch sprachlich oder schriftlich anderen kommunizieren können sollten, wenn wir gerade kein Instrument dabei haben. Wir sollten also nach diesem Video verstehen können, was gemeint ist, wenn jemand von Lydisch Kreuz 5 spricht und wir sollten auch Tonleitern wie C, D, E, Fis, Gis, A und H, hier ist die internationale Schreibweise, mit dem B gewählt, erkennen können und dann sagen können, ah, okay, das ist C-Lydisch Kreuz 5. Das Ganze soll jetzt so geschehen, dass wir möglichst wenig Zeugs stupider auswendig lernen und so viel wie möglich sofort verstehen. Denn was einmal verstanden ist, ist auch sofort im Kopf gespeichert, im Gegensatz zu auswendig gelernten Dingen. Schauen wir uns nun einmal die beliebteste Art und Weise, wie man die grundlegenden Modes lernt an. Und zwar ist die grundlegendste Art und Weise, dass man sich sagt, hey, jeder kennt ja schon ungefähr eine C-Dur-Tonleiter aus den Tönen C, D, E, F, G, A, H und C. Und wenn wir dieses Tonmaterial haben, dann sprechen wir hier von der Tonalität, von der Tonart C-Dur. Nehmen wir uns jetzt hier diesen Grundton der Tonart und umspielen den mit eben diesen Tönen und kommen am Ende auch wieder zu diesem tonalen Zentrum C zurück. Dann sprechen wir von der Art und Weise, also von der Modalität oder vom Mode her, von Ionisch. Und hier startet das Ganze dann. Wir sehen hier also zum einen von der Tonalität her eine C-Dur-Tonleiter und von der Modalität, wenn der Ton C im tonalen Zentrum steht, haben wir hier den Mode C-Ionisch. Nun macht man es sich in den meisten Büchern relativ einfach und sagt, wenn wir das Ganze jetzt vom tonalen Zentrum D, also der Ton D steht hier als stabiles Zentrum und den nehmen wir als Grundton wahr. Wenn wir dieselben Töne jetzt um den Ton D umspielen, dann sprechen wir vom Mode D-Durisch. Ohne jetzt überhaupt zu verstehen, was hier gerade passiert ist. Wir haben ja immer noch das Tonmaterial der C-Dur-Tonleiter, hier zwischen haben sich Intervalle geändert. Das sehen wir aber eventuell gar nicht so ohne weiteres. Und man spinnt das Ganze dann weiter und sagt, vom Ton E aus haben wir den Mode E-Frygisch, vom Ton F aus haben wir den Mode F-Lydisch, vom Ton G aus den Mode G-Mixolydisch. Dann haben wir vom Ton A aus den Mode A-I-Jolisch und vom Ton H aus haben wir den Mode H-Logrisch. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir eigentlich noch gar nicht so richtig gelernt haben, weil wir nicht wirklich wissen, was die unterschiedlichen Modes voneinander unterscheidet. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich spiele jetzt mal einfach den Mode C-Ionisch, dann spiele ich D-Durisch, dann E-Frygisch, dann hören wir im Ganzen eigentlich immer noch die Tonalität C-Dur. Das sind ja alles hier Töne aus der Tonart C-Dur und wir sind stark dahin getrimmt, von der Tonalität her auf C-Dur zu achten und weniger auf die Modalität. Das Ganze sollte dieses kurze Hörbeispiel jetzt auch belegen. Du siehst hier jeweils einen Takt C-Ionisch, dann einen Takt D-Durisch, einen Takt E-Frygisch. Es wird das Tonmaterial immer jeweils vom ersten bis zum siebten Ton dieser Tonleiter gespielt als Septole, also sieben Noten auf einer Viertelnote und dann wird das Ganze wiederholt. Und dann haben wir hier C-Ionisch und hier D-Durisch. Und du wirst eher im Ganzen die Tonart C-Dur wahrnehmen, als die einzelnen Modes und was sie charakteristisch voneinander unterscheidet. Hier das Beispiel. Um die Modes also jetzt wirklich voneinander unterscheiden zu können, dürfen wir nicht immer unser tonales Zentrum ändern. Das dürfte nicht so anfangen, dass wir hier anfangen mit F-Lydisch und dann zu C-Ionisch gehen, sondern wir sollten ein tonales Zentrum beibehalten und die Art und Weise, sprich in der Fremdsprache die Modalität, wie dieser Ton umspielt wird, jeweils ändern, um jeweilige Unterschiede zu erkennen. Und genau das ist hier passiert. Hier sind ein paar Modes mehr noch drin, als wir sie zuvor hatten. Und die Modes sind auch ein bisschen anders angeordnet, nämlich vom hellsten Mode zum dunkelsten Mode hier unten. C-alteriert aus melodisch Moll 7, dazu kommen wir am Ende nochmal und dann moduliert das Ganze hier nach C-Ionisch, beziehungsweise nach H-Dur. Und in diesem Hörbeispiel können wir tatsächlich die Modes voneinander unterscheiden in ihrem charakteristischen Klang. Um die Modes nun schnell zu lernen, starten wir einmal mit einer C-Dur-Tonleiter, bei der sich um den Mode C-Ionisch handelt, wenn wir dann auch den Ton C im tonalen Zentrum hören und das unser Grundton hier ist. Und wir nehmen uns noch eine weitere Tonleiter mit dazu, auch vom Ton C, weil wir uns die Modalität uns hier anschauen wollen, nämlich die C-Moll-Tonleiter. Der Unterschied zwischen Dur- und Moll-Tonleiter, den siehst du hier gerade schon, der ist nämlich, dass der dritte Ton, der sechste Ton und der siebte Ton jeweils einen Halbton tiefer sind und eben das ist der charakteristische Unterschied zwischen Dur- und Moll, beziehungsweise wenn wir jetzt hier in beiden auch den Ton C als tonales Zentrum wahrnehmen, zu dem wir immer wieder zurück wollen, dann sprechen wir hier von C-Ionisch und von C-Iolisch. Hier eben mit dieser Abweichung dritter Ton Terz, die sechste und die septime sind bei E-Iolisch klein, während sie bei Ionisch große Intervalle sind. Große Terz, große Sechste, große Septime und hier kleine Terz, kleine Sechste, kleine Septime. Können wir das Ganze jetzt noch besser unterscheiden und für alle möglichen Tonarten gleich universell schreiben? Natürlich können wir das, indem wir uns einfach nur die Intervallschritte, die wir machen, vom jeweiligen Grundton aufschreiben. Für Dur schreiben wir jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und diese Zahlen stehen für eine reine Prime, das wäre in C-Dur unser Ton C, beziehungsweise in C-Ionisch, dann eine große Sekunde, eine große Terz, eine reine Quarte, eine reine Quinte, eine große Sechste und eine große Septime. Wir haben hier also in Ionisch nur reine und große Intervalle. Für eine Molltonleiter müssten die Intervallschritte jetzt also vom Grundton aus 1, 2, B3, 4, 5, B6, B7 sein. Und auch das fügen wir hier hinzu und jetzt könnten wir für jede Tonart schon mal den Modus Ionisch und den Modus E-Julisch um jedes tonale Zentrum herumstrecken. Wollen wir jetzt zum Beispiel G-Julisch spielen, dann hätten wir hier natürlich den Grundton G, dann müssten wir vom G eine große Sekunde weitergehen zum Ton A, dann vom Grundton aus eine kleine Terz weiter zum B, eine reine Quarte vom G aus zum C, eine reine Quinte zum D, eine kleine Sechste zum S und eine kleine Septime zum F, schon haben wir G-Iulisch. Nun haben wir also den Modus Ionisch und den Modus E-Julisch hier schon einmal gelernt und können beide Modes bzw. Modi an ihren Versetzungszeichen hier unterscheiden voneinander. Die nächsten Modes wollen wir jetzt jeweils immer so unterscheiden, dass wir sagen, ist dieser Mode jetzt eher ein Dur-ähnlicher Mode, also ähnlich zu Ionisch, oder ist dieser Mode eher ein Moll-ähnlicher Mode? Und das Ganze teilen wir uns hier so ein, grundlegend gibt es drei Dur-ähnliche Modes und vier Moll-ähnliche Modes. Und ob ein Mode Dur- oder Moll-ähnlich ist, das sehen wir hier an der Terz. Wenn die Terz groß ist, handelt es sich um einen Dur-ähnlichen Mode. Wenn die Terz klein ist bei unserem Mode, handelt es sich um einen Moll-ähnlichen Mode. Dur-ähnlicher Mode 2 und 3 sind für uns lydisch und mixolydisch. Wir haben hier jeweils in den Modes eine große Terz drin und die Unterscheidung zwischen einer normalen Duotonleiter bzw. dem Mode Ionisch und Lydisch ist hier. Diese übermäßige Quarte bzw. in Lydisch nennt man diese Quarte Lydische Quarte und wenn ihr das Wort Lydisch lest, dann müsst ihr auch sofort immer an dieses Intervall denken, die Lydische Quarte. Die ist einfach hier drin als Abweichung zu einer Duotonleiter. Lydisch meint also nichts anderes als stinknormale Duotonleiter und mach aus der Reihen Quarte eine übermäßige Quarte bzw. eine Lydische Quarte. Mixolydisch meint auch nichts anderes als ich bin eine ganz normale Duotonleiter von den Schritten her. Aber um den Mode hier mixolydisch zu machen, müssen wir aus der großen Septime eine kleine Septime machen. Es gibt hier auch den Begriff der mixolydischen Septime, der ist in der Literatur aber etwas seltener. Unsere fehlenden drei Moll-ähnlichen Modes sind jetzt Dorisch, Phrygisch und Logrisch. Das sind so Begriffe, die muss man tatsächlich noch auswendig lernen, eben das Lydisch bedeutet, dass wir eine lydische Quarte mit Abweichung von der Duotonleiter haben. Mixolydisch, die mixolydische Septime hier das wichtige Intervall ist, aber das ist schon alles. Bei Dorisch ist als Intervall wichtig die Dorische Sechste. Und zwar haben wir hier eine stinknormale Molltonleiter. Wir haben hier im Vergleich zu Iulisch auch die kleine Terz. Wir haben auch die kleine Septime bei Dorisch drin. Allerdings ist die Sechste jetzt nicht klein, sondern groß und das ist dann diese angesprochene Dorische Sechste. Phrygisch weicht im Unterschied zu Iulisch insofern ab, dass wir hier das Intervall der kleinen Sekunde haben und wer hätte es gedacht, diese kleine Sekunde heißt Phrygische Sekunde und genau das ist das Intervall, auf das uns dieser Name Phrygisch hinweist. Und Phrygisch sagt uns immer, hier kommen Molltonleiter, aber Abweichung Phrygische Sekunde, dann ist es auch Phrygisch. Zuletzt haben wir hier jetzt noch den Mode Lugrisch. Lugrisch ist ein bisschen instabil oder sehr instabil, weil wir hier keine reine Quinte haben. Wir haben hier eine verminderte Quinte, die ist wichtig als Abweichung zur Molltonleiter und wir haben zudem auch noch hier die kleine Sekunde, die es auch schon in Phrygisch gab drin, das heißt also 2, 3, 5, 6 und 7 sind hier jeweils kleine Intervalle, bzw. hier verminderte Quinte, ein vermindertes Intervall und so kommen wir dann eben auf Lugrisch mit der kleinen Sekunde und der verminderten Quinte. Und wir können jetzt diese ganzen Modes hier für jeden Grundton schreiben und wenn wir sie entsprechend singen üben und am Instrument spielen und sie oft hören, dann können wir auch diese charakteristischen Intervalle hören und uns merken und im Kopf verinnerlichen. Praktisch gesehen können wir jetzt also für alle sieben Modes jeweils von zwölf unterschiedlichen tonalen Zentren die Modes bilden und 12 mal 7 macht 84, somit haben wir jetzt schon 84 Modes in Windeseile gelernt, nur dadurch, dass wir diese Intervallstrukturen verstehen. Um sie zu lernen, sind wir ausgegangen von einer Dur-Tonleiter, jetzt spreche ich wieder von Tonalität, und von einer Moll-Tonleiter. Um Moll herum haben wir aber noch weitere Tonleitern, nämlich zum einen die Harmonisch-Moll-Tonleiter mit der Abweichung der großen Septime hier hinten. Das hat zur Folge, dass wir auf der fünften Stufe der Moll-Tonleiter, der Harmonisch-Moll-Tonleiter, einen Dur-Akkord bzw. sogar einen Dominant-Sept-Akkord mit einem Tritonus drin haben, und der drängt viel stärker zurück wieder zum Grundakkord. Deshalb funktioniert diese Tonleiter harmonisch so gut und heißt aus dem Grunde auch harmonisch-Moll, weil hier jetzt die große Septime drin ist. In A-Moll wäre das dann auf der fünften Stufe der E-Dominant-Sept-Akkord, und der löst sich als Dominante zum A-Moll auf, und harmonisch klingt das hier alles schlüssiger dann. Von der Melodik her ist in harmonisch-Moll jetzt allerdings nicht mehr so schön, dass wir hier nicht mehr Ganzton- und Halbtonschritte haben. Wenn wir uns die Tonleitern zuvor mal anschauen, dann bestehen die immer aus Ganzton- und Halbtonschritten zwischen den einzelnen Tönen. Hier haben wir einen Ganztonschritt zwischen der großen Sekunde und der großen Terz, haben wir auch einen Ganztonschritt, zwischen der großen Terz und der reinen Quarte haben wir einen Halbtonschritt, das ist hier genauso, immer Ganzton, Ganzton, Halbton und so weiter. Und in harmonisch-Moll haben wir das an einer Stelle nicht, nämlich von dieser kleinen Sechsten zur großen Septime, das sind drei Halbtonschritte, beziehungsweise anderthalb Ganztonschritte, und das klingt melodisch nicht ganz so nett. Deshalb hat man sich gesagt, okay, wir machen aus der kleinen Sechste eine große Sechste, damit das melodisch besser passt. Dann haben wir zwischen der Quinte und der Sechsten einen Ganztonschritt und zwischen der großen Sechsten und der großen Septime auch einen Ganztonschritt. Und das Ganze klingt melodischer und wir haben trotzdem noch diesen Vorteil aus harmonisch-Moll und somit ist dann melodisch-Moll entstanden. Und hier haben wir jetzt eben die Abweichung zur normalen Molltonleiter, beziehungsweise zu Iulisch, dass wir eine große Sechste und eine große Septime haben. Also ein bisschen Ähnlichkeit zu Dorisch mit der dorischen Sechste, wobei bei Dorisch ja die Septime noch klein bleibt. Aus diesen beiden weiteren Molltonleitern können wir jetzt auch jeweils noch sieben Molls, genauso wie wir das bei der Durtonleiter, beziehungsweise der Molltonleiter gemacht haben, gewinnen und diese auswendig lernen. Puh sagt jetzt der eine oder andere, aber in Wirklichkeit hast du schon längst gelernt, wie die Modes aus harmonisch-Moll und aus melodisch-Moll heißen und wie sie gebildet werden. Wenn du den Teil mit den charakteristischen Intervallen und was lydisch jetzt zum Beispiel bedeutet, Achtung, lydische Quarte, Durtonleiter mit lydischer Quarte, wenn du das verinnerlicht hast, kannst du wirklich schon auch die Modes aus harmonisch-Moll und melodisch-Moll. Das Ganze belege ich jetzt mal mit diesem Beispiel. Wir sollen hier nun einmal sagen, was diese unterschiedlichen Modes aus melodisch-Moll oder harmonisch-Moll, aus welchen Tönen die aufgebaut sind oder aus welchen Intervallen und hier unten sollen wir einmal sagen, wie diese jeweiligen Modes heißen, nur anhand der Intervallstruktur. Fangen wir hier oben an, lydisch mit einer übermäßigen Quinte. Anhand des Namens ist der Arbeitsauftrag im Prinzip schon klar. Wir schreiben hier einfach die Intervalle von lydisch auf, das heißt also 1, 2, 3, jetzt die lydische Quarte, Kreuz 4, 5, 6 und 7. Und wir haben noch dazu hier die Bemerkung, dass die Quinte übermäßig ist. Also müsste der Mode lydisch-Kreuz 5 wie folgt ausgeschrieben sein. 1, 2, 3, Kreuz 4, Kreuz 5, 6, 7. Das ist der dritte Mode aus der melodisch-Moll-Tonleiter. Und wenn wir das Ganze vom Grundton C jetzt aufbauen wollten, dann hätten wir die Töne C, dann zum D, dann die große Terz E, dann hätten wir das Fis, die übermäßige Quarte hier vom Grundton C, dann hätten wir eine übermäßige Quinte vom Grundton C aus, den Ton Gis, dann hätten wir den Ton A und dann hätten wir den Ton H. In dem Fall also eine Dur-Tonleiter mit lydischer Quarte, lydisch, und übermäßiger Quinte, Kreuz 5. Mixolydisch B13 und Ionisch Kreuz 5 entschlüsseln wir jetzt genauso und können anhand dieser Wörter und dieser charakteristischen Abweichung die Modes jeweils bilden. Bei Mixolydisch B13 haben wir hier einmal eine Dur-Tonleiter mit Abweichung der kleinen Septime, charakteristisch für Mixolydisch. Und B13 finden wir wie folgt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir jetzt von Anfang an anfangen, haben wir die Oktave oder 8. Und dann könnten wir hier weiter zählen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, die Sechste um eine Oktave höher, entspricht also der Tredizime. Und hier machen wir dann folglich aus der großen Sechste aus Mixolydisch eine kleine Sechste und haben Mixolydisch B13. Ionisch Kreuz 5 ist wieder ganz einfach. Ionisch sagt uns, okay, ganz normale Intervallabstände der Dur-Tonleiter, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mit der Abweichung übermäßige Quinte. Jetzt das Ganze andersrum. Können wir jetzt anhand der gegebenen Intervallstruktur des Modes den Namen des Modes selber herausfinden? Das können wir auch. Zunächst einmal können wir herausfinden, ob wir hier einen Dur- oder Moll-ähnlichen Mode haben. Die Terz ist klein, wir haben hier eine kleine Terz in diesem Mode, also muss er Moll-ähnlich sein. Diese Abweichung haben wir noch nicht so wirklich gesehen. Reine Quinte, große Sechste. Hier haben wir eine Dorische Sechste drin und eine kleine Septime. Es muss sich also größtenteils um Dorisch handeln bei diesem Mode, aber wir haben hier eine übermäßige Quarte drin. Jetzt zählen wir hier einmal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier hätten wir gleich bedeutend die 8. 9, 10, 11. Die Undezime. Und dieser Mode heißt jetzt folglich Dorisch mit übermäßiger Undezime bzw. Dorisch Kreuz 11. Schauen wir uns weiter an, was wir hier haben. Wir haben wieder eine Tonleiter mit einer kleinen Terz hier drin. Es ist also eine Moll-ähnliche Tonleiter. Weiterhin haben wir hier eine kleine Sekunde. Oh, könnte das Phrygisch sein? Die reine Quarte haben wir auch. Könnte immer noch Phrygisch sein. Wir haben aber auch noch eine reine Quinte. Oh, das muss Locrisch sein, können wir jetzt schon sagen. Hier haben wir auch noch die kleine Septime. Aber wir haben hier eine große Sechste und in Locrisch haben wir eine kleine Sechste. In dem Fall sprechen wir hier nicht von Locrisch, sondern von Locrisch 6. Also Locrisch mit einer großen Sechsten, was wir hier eben auch vorfinden. Was haben wir hier unten? Hier unten haben wir auch wieder einen Moll-ähnlichen Mode. Hier könnten wir auch wieder eine Phrygische Sekunde haben. Reine Quarte, das ist alles soweit gut. Reine Quinte, kann schon mal nicht Locrisch sein. Eine große Sechste, ist das vielleicht Dorisch mit einer kleinen Sekunde? Oder ist das Phrygisch mit dieser Phrygischen Sekunde? Phrygisch mit großer Sechste. Und hier geht praktisch beides. Im Deutschen verwenden wir, um diesen Mode zu bezeichnen, eher Dorisch B2, also Dorisch mit Phrygischer Sekunde. Und international spricht man hier von Phrygisch 6. Und beide Bezeichnungen drücken das aus, was hier steht, und sind jeweils richtig. Jetzt haben wir also aus drei unterschiedlichen Tonleitern jeweils sieben verschiedene Modes gewonnen und können diese jetzt bilden und auch benennen, wenn wir sie sehen. Und wir können sie übers Hören auch verinnerlichen, die charakteristischen Intervalle hören. Und auf diese Art und Weise können wir jetzt tatsächlich schon 252 Modes bilden, erkennen, wenn wir dann den Klang auch verinnerlicht haben von den unterschiedlichen Modes und anderen beschreiben. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.